Leute, wollen wir mal testen? Ob es funktioniert? Es sieht zwar noch ziemlich wüstig drin aus, aber es ist erstmal nur zum testen. Ziemlich geil, gefällt mir sehr gut, es ist ein Wahnsinn, also das Display ist einfach mal mega. Ist das ein Unterschied, diese Farben? Also ich kann euch sagen Leute, es lohnt sich absolut, da ist wirklich jeder Cent wert. Ich werde jetzt mal wieder alles kurz mal durchtesten und wenn alles funktioniert, baue ich wieder alles zusammen. Besonders Augenmerk werde ich jetzt beim, ja ich werde erstmal schauen, wie es ist mit Rückwärtsrang und alles. Und ja, ich werde wahrscheinlich noch ein paar Fotos, beziehungsweise noch ein paar Videos machen. Aber so der erste Eindruck, es ist wirklich ein Wahnsinn. Also es ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Ich bin wirklich zufrieden. Wenn es euch gefallen hat Leute, lasst ein Like da, ihr könnt doch gerne den Kanal abonnieren. Ich habe noch nicht viele Abos, ich würde mich über jedes Abo freuen. Und in nächster Zukunft werden auch weitere Videos folgen, verspreche ich euch. Da ist sicherlich für den einen oder anderen noch was mit dabei. Zum Beispiel Lackaufbereitung, Kratzer entfernen, die richtige Autowäsche, was man alles beachten muss. Jo, denkt dran Leute, Daumen nach oben und abonnieren. Dankeschön, bis bald.